Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge Mayro 2 oder? Ja doch 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 siebte ja wir sind ein bisschen verpeilt ne ja dabei ist wieder der Jonas hallo mein nerviger Co-Kommentator hallo und natürlich ich der Tod von oben hallo so schauen wir mal auf den Server letzte Folge die Festung ausgeräumt und ein paar Neta getötet wir haben Neta getötet sicher wir haben die Neta umgebracht ja ähm ein paar Lohn getötet hast du zufällig noch Kohle im Inventar? Oh fail wir brauchen Lapis ja der ist da drin du Jonas hast du noch Kohle im Inventar? müsste in der Kiste liegen na ich hab schon alles zu Kohleblöcken gemacht um Platz zu Sprung ist er Fail das war scheiße das war scheiße ähm kill am besten noch nicht mit deinem Schärfe 2 Schwert ich wirf dir jetzt eins zu behalte das erstmal nur im Inventar warum? da war nicht Quartz im Inventar halt da geht ja nicht lang da liegt irgendwo Quartz noch draußen rum ah da ist ein Skelett okay aber ich brauch oh fail das ist ne Lube ich brauch ich brauch mehr Level ich hab noch ich hab noch ich hab 20 Level ich hab nur noch 10 wir können natürlich Zombie Pigments angreifen da würde es extrem viel Level geben nein, 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 nein wir fighten garantiert nicht die Zombie Pigments ich weiß nicht, schreibt mir grad einer auf Facebook oder auf Steam ob wir grad ne Aufnahme haben ich kann nicht antworten, ich krieg wieder lohe aber guck mal, so wie wir das jetzt machen, müssten wir gleich vielleicht zurück halt in die reale Welt noch ein bisschen Eisen fahren ich hab ja keine Ahnung, wie wir das nächste Mal aufnehmen, zurück in die reale Welt und dann haben wir vielleicht auch so 30 Level jeder von uns ja oh, das Geist unter der Festung ja, ne, der ist unter mir der kann mich nicht treffen ich bin immer noch bei uns ja im Haus ähm, mit was soll ich das Schwert noch mit irgendwas weiter verzaubern? ne, ne, lass das erstmal so wir verzaubern das einfach später, ähm oder es wird irgendwann Schärfe 4 Schwert und macht dann irgendwie 12 Schaden oder so ein Scheiß oh, ah, ok äh, hast du den Lapis zufällig mitgenommen? ja ok das ist super optimal ach, was sollst, ich mampf ich mampf ein Kaninchen wenn ich noch Hunger hätte ne, was mach ich denn jetzt? vielleicht sollten wir auch bald mal unsere Rüstung verzaubern vielleicht alles auf Schutz 1 oder so, damit wir nicht ganz so viel Schaden bekommen wäre sinnvoll auf alle Fälle aber ich glaub die mehrmals zu verzaubern ist einfach zu sehr ne Eisenverschwendung obwohl da Eisen kriegst du eigentlich genug hier naja, so kann man eigentlich mit dem Markmarkchen irgendwas wichtiges anstellen? mit was? ja, damit kann man Feuerschutztränke bauen ja, das ist ja so, ähm so, mein Herr Kugman-Tater-Sinn ist der Beste beim Brauen, wie mach ich nen Braustand? ähm, dreimal Cobblestone unten und einmal eine Lohnrute oben drauf das war's, das war's schon? ja, das übert's einfach wie billig ist das denn? ja, du brauchst halt nur die Lohnrute ein Stück davon glaub ich, oder? nein oh Gott, nein ähm, wobei den kann ich natürlich ein Stück abbauen, ne? ja, kannst du den kann ich jetzt nicht ah, okay wo ist das Wasser leider dafür? wir brauchen Wasser nein, wir haben kein Wasser, wir sind im Theater ich hab Wasser dabei, aber will ich jetzt nicht planten du kannst es hier nicht, nein, du kannst es nicht planten ok, dann muss man wirklich wieder hoch wegen dem wegen dem Brauen ok warum läuft der Zombie-Pigman so auf mich zu, das macht mir Angst Alter ich bin da leider ganz woanders gerade, weil ich ja noch ein bisschen was gemacht hab ihr könnt theoretisch auch dengang mal ganz normalen Nether-Stein, ähm, zu Nether-Spiegeln umwandeln du meinst du diesen Festungsstein? ja, dann dafür gibt's auch EP wenn du das verbrennst ja, dann dafür schon ich weiß nicht was ich machen soll ja, Fail äh, such Quarz und farm EP ja, wir können auch gleich aus der Hölle rausgehen, wenn du willst mir ist es eigentlich egal zwei Herzen, Fail wo bist du? ich steh in der Höhe, will was abbauen und spring einfach runter ohhhh hast du Essen und alles, muss ich jetzt verheilen? ja, ich komm wieder ich hab Angst ja, auf rein, hier ist alles safe ich verzauber mal Rüstung und so'n Scheiß ja, Fail ja Haltbarkeit Fail Fail ok, Schutz oh, ich hab gleich kein Level mehr Schutz ich hab noch Level dann so ich mach kurz aus, extra für dich ähm, kannst du mir mal ein bisschen Lapis droppen? äh, warte, warte nimm mal am besten immer Schutz, ne? ja, ja ich hab jetzt aus Versehen einmal Haltbarkeit bekommen ist nicht so geil warte, wir sollten ja, die Rüstung kann man nicht verzaubern, das ist komisch aber was sollten wir mitnehmen? ich nehm schon mal das wichtige ins Inventar Schutz 1 Schusssicher, was ist denn das? Schusssicher, kriegst du natürlich nicht so viel Schaden durch Pfeile und, was ist das? Wasser Wasser Wasseraffinität ist, ähm kannst länger unter Wasser atmen also besser ist wirklich Schutz am besten ja da ist doch den Pilz her wieso will der Pilz wollen, um immer zu mir kommen plopp Harpels Hose Haltbarkeit 1 Schutz 1 Feuerschutz 1 Ist Feuerschutz? Ne Feuerschutz bringt's nicht, ne? nicht wirklich ist wahrscheinlich nicht schlecht aber bringt auch nicht so viel äh ein Stein kann ich hier lassen Neverziegel auch Warum ist mein Inventar immer voll? ja, ist halt so ein bisschen das Problem ähm du hast noch die Diamant-Hacke, ne? ja, ähm hier gibt's einmal Schutz 1 und hier gibt's nochmal Schutz 1 warum? nimm das erste, weil das verbraucht ein weniger Level Was ist denn beim zweiten so besonders? Flori? nichts, es ist zufällig was kommt eigentlich beim anderen verbrauchst du einfach nur mehr Level nur mehr Lapis Kursionsschutz für die Schuhe wäre natürlich auch geil, aber ne nimm Schutz, nimm Schutz einfach Schutz Schutz ich jetzt wenigstens, nein meine Rüstung beleuchtet nicht mal bin enttäuscht so jetzt nimm die Diamant-Hacke und nimm den Dings mit so jetzt die Diamant-Hacke, kann man die ich guck mal was man dafür kriegt Effizienz ne lass lass, wir brauchen das Level naja ich hab gar kein Level mehr deshalb der Bogen guck halt nur mal so ganz kurz, was man vielleicht verzaubern kann der Bogen auf Stärke 1 ja, ne mit so jetzt hab ich ein Bogen auf Stärke 1 ähm, hast du noch Schnüre? äh, ne das sollten wir vielleicht gleich auch noch machen hast du Wolle? nein, jetzt nimm am besten einfach das Teil mit und dann verschwinden wir dann können wir vielleicht noch in der Folge uns irgendwo einbuddeln draußen warte, ne, geh raus warte, warte, ich guck noch was wir mitnehmen können müssen wir ja gucken der hab ich schon genommen der ist nur noch Nesser Quartz ach komm ich hab, ich scheiß aufs Inventar ich nehme ein Stick mit wandel da rum schön warte mal kurz so, ich hab jetzt einfach das Sinnloseste gemacht und zwar Nesser Quartz mitzunehmen da hast du den, ähm, Eisen hier, den Envel Anbaus hab ich dabei genau sehr schön äh, vielleicht noch hier so zubauen so, jetzt komm mit du musst, also ich brauch unbedingt noch einen neuen Bogen mit dem ich meinen alten Bogen zusammenbauen kann ok, wie waren wir hier hingekommen ah, wir sind von da oben gekommen lass mich wieder im Stich tu mir leid hier müssten wir eigentlich schon ich bau dich gleich zu wir müssten eigentlich schon relativ nah am Portal sein da oben müsste schon das ja, da oben ist schon das Portal müsste es fail, warte wir gehen mal den Weg, den wir auch gekommen sind ja, musst ein bisschen aufpassen, das leckt manchmal in der Hölle, ne wie eine Pilzsuppe kochen ich bring mir eine Pilzsuppe, ich hab Fleisch Fleisch Schneller wir haben nicht mehr lange vielleicht noch 3 Minuten 3 Minuten 4 Minuten fast das Portal siehst du es schon? nein, wo ist es? eigentlich müssten wir hier hoch meine ich ja, hier hoch pass auf nicht, dass du da in die Löcher reinfällst hier ist irgendwo so ein fieses Loch äh ja jetzt bin ich irgendwie hier durchgegangen keine Ahnung du müsste ich mir die letzten Folgen angucken ja, da hinten ist es Portal pass auf noch go go hüpf okay, es sind doch anscheinend einige im Nether schnell wieder zurück ich guck kurz was da drüben ist ich guck kurz was da drüben ist ist Tag das ist Spinne da sind mehrere Spinnen nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben, renn einfach weg renn einfach weg ich hol uns grad ich hol uns grad hier Fäden diesem Schwarzpulver kannst du werfe eure Tränke bauen genau heute wir brauchen wir brauchen Schwarzpulver wo bist du hin? äh ich stehe eigentlich direkt am spawnen ich fahr ein paar äh ich hol mir die Spinne hier ja ich fahr mir auch ein paar Spinnen und Kühe und so ein Scheiß zusammen wir sollten uns nur am Ende wieder treffen kurz vor Ende der Folge am besten so da ist eine Hexe ich weiß nicht ob die einen am Tag angreift ok komm mal wieder zum Portal denn verschwinden wir wieder dieser Creeper kommt mir zu nah du hast eine Full Iron das schmeiß ich weg ah scheiß auf das Schild auf das Seil Kuh nimm noch die Kühe mit Guck mal noch die Kuh und dann verpissen lass mal einen Wald rennen ja ich weiß nicht wie viele da sind aber oh ich muss was mampfen warte ganz kurz hier kommen wir Fleisch zum Bullen ruhig die gleiche Richtung ist Schicky auch gelaufen ne andere Seite sind die glaube ich gerannt die andere Seite oder lass uns da hin gegen den Sonnenuntergang Sonne wir folgen dir guck mal da hat sogar noch ein Schwein oh oh die Mobs spawnen nicht gut Paninchen weiter laufen wir müssen uns jetzt am besten im Wald eingraben wo ähm Vorsicht Creeper vor dir ja am besten im Wald eingraben wo gleich daneben ein Fluss ist neben uns aber Spinnen noch mehr Creeper lauf einfach links rum warum hast du so viel Schiss wir haben so ein gutes Equip wir haben Minecraft Kindheitstrauma als ich das erste Mal gespielt habe und da habe ich mich in der Höhle verlaufen irgendwo von lauter Viechen angegriffen und dann habe ich mein Haus nie wiedergefunden ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ok ok fuck wir haben noch 14 Sekunden blöde blöde das Skelett komm wir müssen uns einbauen wir müssen uns jetzt einbauen da unten ist ein Boot ich hole auch schnell das Boot nein komm schnell wir haben nicht mehr lange Zeit 2 Sekunden das Boot das Boot komm mal du hast die P vergessen komm siehst du wo ich bin ja ich sehe den Namen komm hier reingesprungen komm hier reingesprungen komm hier reingesprungen und so jetzt ausloggen ooooohhhhhh das war ne gute Folge schön viel gefunden wir haben unsere ersten Verzauberungen wunderbar wie viel Level hast du noch? ich äh noch genug auf alle Fälle ich glaube ich hab noch irgendwie 15 oder so ja ok dann langt das so nächste Folge was machen wir dann? äh Tränkebraun ooo Tränkebraun könnten wir echt machen das können wir machen dafür brauchen wir auch Glasfleisch oder? jaaa das sind ja in der Wüste und machst dir dann direkt hier am Wasser dann mit voll mit Wasser so gut machen wir das ihr baut euch hier so ein kleines was weiß ich fängt an zu braun mit ein paar Spinnentöten für Spinnenaugen und dann macht ihr euch schwäche Tränke kommt drauf an was wir dürfen dann müssen wir nochmal lesen in der den Regeln oder wir spielen einfach ohne Regeln und wir gewinnen das ganze äh wo sind die Regeln? ich frag mich nicht sowas dann auch in der Gäste die